Zombies angegriffen wird. Komm, den hauen wir direkt mal runter. Noch jemand was? Du da hinten wahrscheinlich. Komm, ich habe ihn direkt mal runter. Da ist hier noch einer. Komm! Und Klatsch und links und in die Fresse. Ah, noch einer. Hier ist Paddel. Paddel rechts, Paddel links, ne? Paddel rechts. Gib auf! Ja, gib auf Junge. Komm, kommt direkt einer auf die Fresse. Wenn ich bei dir angekommen bin. Oh nein! Was für ein Waffe! Die ist doch gerade eine Waffe, oder nicht? Kraftloses Küchenmesser, auf jeden Fall. Zack! Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Mal, komm. Zack, 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 zack. Puh! 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 Ich drücke E um zu drehen sind eh schon immer nicht so schlecht zu sein. So, was haben wir hier? Das Brecheisen. Ach, wir brauchen erstmal ein bisschen Energie wieder. Oh Leander. Okay, ich nehme doch alles mit. Das sieht auch nicht mehr so wirklich gut aus. Okay, halt rechts mal so um zu ziehen und dann E zu werfen. Komm auch mit Link. Nein! Komm, sauf dich hier zu, ey. Ausrüsten. Da kann ich wieder Alkohol zu nehmen. Alter, da kann ich mir nix sehen, ey. Kann ich mal mehr geradeaus laufen? Jawoll. Ha, zurückgehe ich. Ein Trinker, ja. Auf jeden Fall erstmal was zu trinken. Okay, weiter geht's. Wir suchen auch immer diese scheiß Haus 8, äh 11 mein Schiff. Okay, wo ist das, wo ist das? Und ich glaube, wenn wir das gefunden haben, werde ich erstmal eine Pause machen. Ja, das ist 33 Meter. Oh, da sind schon wieder zwei Typen. Komm, 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 an. Komm, komm. Bau, Bau, Bau. Komm. Hundertfünfzehn, Alter, der war ein reicher Schlösel hier. Hallo, ich sehe jemanden. Gehen wir mal weiter. Na toll. Hm, was machen wir? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, sorry. Hallo, F. My wife. My dad. Oh, fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice. Ach komm, hör auf drüber zu blasen. Komm mit mir. Mensch, hast du halt deine Familie tot gemacht. Ich will mein Tauchmesser haben. Okay. Doch, es ist richtig, Mensch. Töte oder getötet werden. Hier ist noch ein bisschen... ...schlummer Trank trinken. ...schlummer Trank trinken. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Aufzeichnung, ey. Was ist das denn? Aufzeichnung, ey. Herr, Herr Howard, ...on a special assignment ...on the island of Ban Noe. Ich bin investigatet illegal logging ...and clear-cutting ...that's not only damaging ...the ecosystem here, ...but costing the people ...of Ban Noe billions. Ich bin told ...that my life ...might be in danger ...as those behind ...this illegal activity ...will stop at nothing. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das finde ich genau so. Hilfst du mir jetzt? Oh my god! Oh my god! Ich schau dir nur von alleine Okay! Wir müssen jetzt wieder zurück Alter, das ist wieder... Komm, gehen wir noch schnell zurück Dann beende ich die Aufnahme Oh, schon wieder unten einer der sterben will Komm Okay, ähm, ja, an dieser Stelle Beende ich erstmal die Aufnahme Wir sehen uns, denke ich mal, gleich wieder, je nachdem wann die Aufnahme zu Ende ist und deswegen, tschö mit ö! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Island Ähm, ich musste leider mit den Sätzen feststellen, das letzte Mal nachdem wir, äh, die Folge beendet haben Dass man nicht, äh, speichern kann, wann man will Sondern, dass man nur an den letzten Punkten speichern kann, wenn es, äh, einem vorgegeben wird Deswegen müssen wir noch ein paar Sachen wiederholen, aber das macht überhaupt nichts Fangen wir erstmal hier an, wieder rumzulaufen Hier müsste, glaub ich, einer drin sein Ja Stirb! Hallo, warum stirbt der nicht? Wow Du sollst sterben, Mensch Gott Was braucht denn der so lange zu sterben? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Dass du so lange brauchst zum sterben Gut, wo waren wir? Die... Die... Hatten wir War hier was drin? Alkohol Ja, super So, ih, mal gucken Ja, Alkohol, den will ich wieder nicht haben So, mal gucken Fähigkeiten Können wir da irgendwas auswählen? Stufe 2 Können wir noch irgendwas auswählen? Nee, können wir nicht Nee, können wir nicht Okay Ah, da haben wir unser Schläger Ach, die Tür müssen wir wieder aufbrechen Und los! Und... Jetzt! Aber komm, noch einmal! Und... Jawoll, Herausforderung bringen Nein, ein ungeladener Gast Das ist doch mal was Tolles Erstmal das scheiß Radio ausschalten Erlebst du noch? Das ist nicht richtig Jetzt nicht mehr So... Energy Drink Den können wir auf jeden Fall gebrauchen Nach dem schweren Kampf von Him Ja, haben wir hier auch noch einen So... Alkohol Nee, lassen wir mal stehen Ach ja, da... Oh my god Das hatten wir doch schon mal Pfff... Oh my god Ja, komm Oh my god Ich hab' ich keine Zeit So, da unten war glaube ich einer Wenn ich mich recht entsinne Ja, komm, den hauen wir noch schnell um Oh Und das... Den Kopf abgeschlagen So... Da ist auch noch einer Die will auch noch sterben, schnell Bam Und getreten Klatsch So... Hast du was? Ja, bisschen Kohle So... Da hinten stehen hier 8000 Leute Das ist scheiße Wie fist der Zustand meiner Waffe Direkt schon wieder halb kaputt, ey So... Dreckskack, Scheiße. What? Ah, hier ist wahrscheinlich wieder die Pornoproduzentin. Ach, wusste ich irgendwie. Komm, du auch. Das ist ja scheiße, dass man hier immer wieder die tot schlagen muss. Okay, hast du irgendwas für mich? Natürlich nicht. Let's take a look. Telefon, wird auch immer der Scooter, aber... Ah, jetzt trinken wir schon wieder. So. Und Klatsch. Und Klatsch. Ach, geh kacken. Los, in das Gesicht. Und rechts. Und links. Okay, andersrum. Und links. Und links. Und du auch noch mal. Und rechts. Ach, hör auf. Alter. Was, du willst auch noch was auf der Fresse haben? Komm. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Komm. Erstmal alle umhauen. Und du gehst sterben. Auf den Schädel. So. Will noch jemand was von mir? Ah, hab ich's mir gedacht. Gut. Ah, die hinten schreit schon wieder rum. Ah. War das jetzt besser? Ah, irgendwie weiß ich nicht. Muss man auch mal genau angucken, was die einzelnen Werte bedeuten. Großer Nagel. So. Schauen wir mal. Ach, hallo. Du willst wieder was auf der Fresse haben? Komm. Ach, da vorne ist schon wieder einer. Komm. Was schlägst du mich? Was schlägst du eine Frau? Da. Laufende Tote. Ich bin begeistert. Schon wieder eine Herausforderung geschafft. Und ich weiß noch nicht mal, wie ich das gemacht hab. Naja. Okay. So, da hinten steht einer. Aber erstmal hauen wir ihn hier um. Das ist nicht richtig. Ach, natürlich ist das richtig. Komm, ihn hauen wir auch nochmal um. Auf den Kopf. Ah, fängt schon wieder an zu gewittern hier. So. Beautiful. For a moment, you can almost forget. Ja, voll schön. Haa. Hier machen wir eine Gedenkminute. Schön. Naja, wir müssen noch weiter. Hui. Komm, komm. labels ab. Okay.